Hallo zusammen, Polly hier. Willkommen zurück auf meinem Blog. Wir haben herausgefunden, wie man in die Karte reist. Wuhu! Also, ratet, was heute auf dem Plan steht. Wir erforschen den nächsten Ort auf der Karte. Wuhu! Und klein! Wartet, wo geht es diesmal hin? Dahinten? Zur Saftbox? Und kleinen Reisespaß! Wow! Wir sind im tropischen Regenwald. Wie cool! Kundschaften wir ihn aus. Und da! Jede von uns hat einen Roller. Ich nehme den Picken. Ja! Was ist das da drüben? Aha! Das muss die Saftbox auf der Karte sein. Das ist ein tropisches Clubhouse. Mit einer Titelhütte. Und echt richtig guter Musik. Halt mal den Beat. Das ist der perfekte Ort zum Abhängen und Chillen. Aber wie sollen wir über den Fluss kommen, um die Hütte zu erreichen? Das Wasser ist zu tief, um es zu Fuß oder mit unseren Rollern zu überqueren. Gucken wir am Ufer, ob wir eine Stelle finden, wo der Fluss flacher wird. Seht euch diese schönen Steine an. Vielleicht markieren sie eine flache Stelle zum Überqueren. Hm. Oh! Let's go on a love's adventure. Oh! Seltsam. Das erinnert mich doch an irgendetwas. Das ist unglaublich. Das muss unbedingt auf meinen Vlog. Ich hab's. Die klingen genau wie die Musik aus der Saftbox, Tiki-Hütte. Interessant. Lasst uns die Musik aus der Saftbox nachspielen. Was ist das? Ich schätze, das ist das ideale Gefährt, um den Fluss stilvoll zu überqueren. Wuhu! Wuhu! Das ist so unglaublich. Toller Rhythmus, Polly. Ja, natürlich. Oma war hier. Musik, magische Edelsteine und meine besten Freundinnen. Wir sehen uns nächste Woche für mehr Reisespaß im Mini-Format. Musik, magische Edelsteine und meine besten Freundinnen. Musik, magische Edelsteine und meine besten Freundinnen.